grüßt euch servus und hallo bei einer Adobe Show. heute kommen sie die die sprachregelungen die wir früher genutzt haben um am telefon unsere absprachen zu treffen. es war nur eine kleine gruppe meine kunden ich und dort wie ich eingekauft habe. wir haben den drogenvornamen gegeben. der hansi war das haschisch, die maria war das gras, der emil war das ecstasy, der carlos war das kokain. der herbert, das war das heroin. jetzt wenn ich zum beispiel einen anruf gekriegt habe, dann hat es so sich angehört. klingelingling. hallo? ja hi, ich bin's da. wie geht's? wenn ich was gehabt habe. ja mir geht's gut. und wie geht's selber? passt schon. was machst du denn so? kann ich vorbeikommen? logisch. hast du den hansi gesehen? der schuld mit 50 mark. ja, den hansi habe ich den letzten schon mal gesehen. mit seiner schwester maria. die wollten eigentlich auch alle bei den nachher vorbeischauen. soll ich was ausrichten? wegen dem fuffi. naja, das war's auch schon. ich wusste genau, der braucht was für 50 mark. und er möchte was zum kiffen haben. genauso gab es anrufe. servus. und was, 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 wie geht's bla bla bla. das ganze geseit am anfang. und dann geht's halt so was. und wie geht's dann? heute geht's mir nicht so gut. ja, wieso das denn nicht? naja, weißt du, der hansi ist nicht vorbeigekommen, wie er versprochen hat. und du weißt, der ist ein guter kumpel von mir. jetzt geht's mir heute echt beschissen. aber am mittwoch kommt er mal wieder zurück. wenn du Bock hast, können wir uns ja am mittwoch treffen, um dann bla bla bla. da war auch schon wieder alles klar, um was das geht. ach so, speed, war der sepp. du, der sepp, da schreibt mir noch einen hund. nee, nein, das stimmt gar nicht. der sepp wollte mit mir eine gassi gehen. ach ja, der sepp, mit dir, gassi, seit wann denn? naja, ich hab doch einen hund. das waren 100 mark. gestern hab ich einen fuchs gesehen. 50 mark. mein hund jagt da und mein fuchs hinterher. 150 mark. das war ja überhaupt nicht schwer. und du kannst gar nichts nachweisen auf diese art und weise. ah, der sagt, du, wie schaut's denn aus? ist der hansi bei dir? jeder kennt in münchen einen hans. jeder kennt eine maria oder einen sepp. und einen carlos kannte ich auch wirklich ein. war der work dance-zeit. also hat das schon immer stimmig funktioniert. ja, und meistens hieß es dann immer, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. also diesen spruch von beckenbauer, den habe ich damals schon benutzt. schauen wir einmal, dann sehen wir das schon. das war halt einfach lustig. das fand man witzig, so was zu sagen. und damals hatten wir ja keine handys. ja, und später kamen dann diese pager. ich hatte so einen pager, der hat dann immer gepiepst mit einer nummer drauf. wir hatten uns da auch kurz überlegt, was die 1, 2, 3, 4, welche drogen sind und was die zahlen dahinter bedeuten. und dann kam meistens noch eine telefonnummer, wo man anrufen soll. erst einmal, um bescheid zu sagen, wann man sich wohl trifft. so haben wir damals kommuniziert. und nicht so was wie ein whatsapp, wo es dann hast du mal brot? ich brauche für 50 euro. wer kauft für 50 euro brot? ja, voll honks. jeder trottel versteht diesen code. also, ehrlich, ein bisschen fantasy muss man schon haben, oder? ich meine, der herbe bärt. wir haben es dann immer bärt genannt, das heroin halt. das, äh... also, was diese schwämme war, das war schon hardcore. ja, soviel zu unseren codes. und, äh... habt ihr eigentlich Maria gesehen? ich wollte mit dir eigentlich mal ein rauchen gehen. süß 고등 bis zum nächsten Mal. Peace out. Bye. 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 Bye.